In diesem Video zeigen wir den Einbau eines Kronenbach-WC-Sitzes. Die Sitzscharniere werden eingesteckt und leicht angeschraubt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zum Justieren wird der WC-Sitz aufgesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt können Sie den gleichmäßigen Abstand zur Wand messen und den Sitz gegebenenfalls nachjustieren. Entfernen Sie den WC-Sitz, um die beiliegenden Schutzkappen anzubringen. Ziehen Sie jetzt die beiden Schrauben fest. Musik 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 Die Schutzkappen werden aufgesteckt. Musik Rasten Sie den WC-Sitz bis zum Anschlag ein und führen eine Funktionsprüfung durch. Musik 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 Amen.